Moin Leute, schön dass ihr wieder mit dabei seid und wir wollen wieder ein bisschen Shadow Luan zusammen zocken. Und ich muss sagen, ein paar Tage habe ich jetzt nicht mehr gespielt und ich dachte es wird mal wieder Zeit hier weiter zu machen. Ich habe im Moment so viele andere Projekte im Kopf gehabt, die ich mal angetestet habe. Auch ein paar Letztests habe ich in letzter Zeit öfter angezockt mal gezeigt. Und nun ja, jetzt wird es auf jeden Fall wieder Zeit Shadowrun zu rocken und zu shoppen. Und deswegen denke ich mir gehen wir mal zum Taxi und gucken was wir für eine Mission machen können. Vielleicht können wir ins Gefängnis einbrechen. Ach komm, die machen wir. Obwohl ich jetzt glaube ich in den letzten paar Zimmern gesagt habe, ich glaube ich habe Bock ins Gefängnis anzubrechen. Macht ja auch nicht unbedingt jeder. Ja, oder das ist Shotgun, oder? Ne, Pistol. Ja, obwohl der hat 25 nur. Nehmen wir mal Glenn mit. Vorsichtshalber erstmal gucken. Dr. Blutgeld könnte man sich mal belegen als Pistolero. Ähm. Random. Ja, random ist okay. Oder? Automat schwachen, ja. Oh, der ist gar nicht mal so klein. Und ein Pistolero. Shushi. Yamamoto. 27. 28. Ja, kommen wir mal hier mit. So. So. Daher hatten wir noch nie dabei. Also deswegen starten wir jetzt einfach mal das Spiel. Schreie und Schüsse. Hallen durch die Knight-Aaron-Station weiter vorne. Schnell findest du einen Weg zum Eingang der Einrichtung, wo dich ein panischer Officer einlässt. Helf dir den Knight-Aaron-Truppen zu entkommen, schlage die Wahnsinnigen zurück. Ach du Heidelberg-Poterschaft. Achtung, noch mehr Gegner. Sergeant Chich... Was heißt das? Sam Chikowski. Ganz ruhig. Wir sind die Kabellerie. Seid ihr die Angeleitenden Söldner? Ein bisschen mehr Enthusiasmus, bitte. Wir kommen nicht zurück nach draußen. Da sind hunderte von denen. Ja, wissen wir. Wie habt ihr es hierher geschafft? Geschäftsgeheimnis. Sind irgendwelche eurer Fahrzeuge noch intakt? Ja. Aber wir können nicht bis zu ihnen durch. Die Gegner sind schon in der Lobby. Und sie haben die Kontrolle über das Stationsnetz übernommen. Dann gehen wir durch die Lobby. Alle aufschließen. Und keiner soll sich abmurksen lassen. Okay. Wir drehen die Map, weil ich möchte mal kurz hier hin. 85% mit 24% live. Ja, dann... Ich schieße mal den Kopf. Naja, 20%. Ähm... Ich schaue mal hier aus. Sieht er ihn nicht? Nee. Hm... Ja, ich suche mal den wegzumachen. So... Nee. Auch von hier vielleicht. 97, nochmal weg. Jawoll. Okay. So Lobby, wenn das... Weg mit dem Dreck. Wer braucht sowas schon. Und 72, können wir nochmal schießen. Und wir treffen. Ja, schonmal schön, dass wir auch viele NPCs dabei haben. Ähm... Die vor uns mitschießen. Oh, der Arme. Ähm... Ähm... Das machen wir auf jeden Fall mit... ihm hier. Mit der Pistole. 97. 20. Dann schützen wir ihn hier. Okay. Hier... Reloaden wir einmal. Und geht da hin. Und random, den haben wir auch noch nicht bewegt. Ja... Da... Ja... Ja, komm, geh mal da hin. Na, hier wollen wir es aufknacken. Ja, hier wollen wir es aufknacken. Ausschließen. Durchknacken. Ne, wie heißt das hier? Äh... Ne, was heißt das hier? Ähm... Aufknacken. Ja, aufschließen. Schlösser knacken. Komm da hin. Da hin. Da hin wir mal hin. Drogen auf was hinkriegen. Ja, na, auf. Hm... Haben auch uns die Web gedreht. Ich stell uns mal hier hin. Okay. Einmal kurz vor. Reload. Ja, ähm... Da hin und nachladen. Ja, mach mal alles auf. Also... Da ist noch einer. Da ist noch einer. Okay. Ähm... Wir versuchen es noch mal. Ähm... So... Erlen bekommen. Ähm... Wie sind wir es für den nächsten? 85% Getroffen. 84 Und weg. Wie Prozent hat er denn? 72. Aber wir stellen uns mal hier ruhig hinter. So... So ist Tennis und nicht anders. Schau bisschen. Okay. Moment, läuft das ja noch ganz gut. Darf von keiner sterben? Ähm... Ähm... Hier gehen wir erstmal hin. Mit Glenn. 60%. Ja, wir sind wohl trennt, oder? Ja. Aber nicht das, was du sollst. Geh mal da hin. 84. Das ist aber, oder? Jo. So. Weiter gehen wir... Ein bisschen was aufdecken. Okay. Ähm... Also wenn das wirklich so eine Mission ist, wovon keiner sterben darf. Das ist ja fast unmöglich, weil du sie nicht selber steuerst. Da war ein bisschen so hin. Okay, 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 okay. Jetzt haben wir hier noch ein kleines Problemchen. Ähm... 24x85... Ja, irgendwas wirst du schon treffen. Jawoll. Dann nehmen wir den nächsten, stellen wir hier hin. Wunden, die muss weg. Sauber. Mh... Kann man treffen? Könnten wir. Hätten wir getroffen. Wie viele Prozent kriegen wir hier? 47. Ah! Getroffen. Ja, los. Kleiner. Sauber. Ähm... Warten wir erstmal. Mh... Das kann doch nicht alles gewesen sein. Das wäre ja viel zu einfach geworden. Das wäre ja viel zu einfach geworden. Oder gewesen. Mh... Ein bisschen irgendwas. Ja, eine tote Leiche. Ähm... Wir stellen uns mal dahin. Und... Einmal dahin. So. Dann... Gehen die alle schön da rein. Gehen die alle schön da rein. Also... KG-Sicherheit. Kann dann gleich abhauen. Gefälschtes Sinn. Mh... So. Geh rein da. Wo willst du denn hin? Da hast du denn gehen müssen. Mh... So, holen wir gleich da zurück. Ah, ich hab noch was lesen können. Na egal. Danke. Von hier schaffen wir es auch alleine. Sollen wir euch mitnehmen? Wieso hat er jetzt einfach mal eine Stimme? Wir sind direkt hinter euch. So. Ja. Komm. Wir brauchen euch schon. So. Und der letzte. Chuchu. Gute Arbeit. Ich hätte nicht gedacht, dass wir jemals die Cops aus einem Gefängnis befreien müssten. Wie? Also das war ja dann wirklich... Hehe. Äh... Was war das denn bitte? Erzähl, da sind Hunderte draußen hier und da. und dann auf einmal durchsaschen, als wenn du da auf Noobs risst. Na ja. Gut, dann gehen wir mal zum Buster. Und gucken, was er zu erzählen hat. Gut gemacht. Mein KI-Kontakt lässt ausdrücklich seinen Dank ausrichten. Also schulden Sie uns jetzt was? Ich würde nicht darauf zählen. Okay. Ein U-Kiss Barrett. Na, das ist was er da auf dem Kopf hat, so eins. Und 4.500 Lünen. Okay. Ähm. Gucken wir mal, was es sonst so zu kaufen gibt. Weil wir haben aber ein bisschen Geld ungesammelt. 41k. Ja, wir haben aber Schwindigkeit und Sprintbonus verlieren. Nee. 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 Wir haben zwar mehr Lebenspunkte, viel, aber weniger Rüstung. Und die Premises. Okay. Aber was zu verkaufen. Ja, die kann man verkaufen. Waffen. Oh nein. Tank nein. Eine gefälschtes Sinn ist für jeden nützlich, der seine wahre Identität verbergen will. Dieser hier ist zusammengeschustert und wird kaum einen genaueren Scheck überleben. Sollte man besser verkaufen. Machen wir. Ja. Ja, und 5.30 für drei Perlen jeweils. Ja. Gucken wir mal bei den Waffen rein, ob wir da irgendwas machen können. Okay. Ja, wir haben die hier angelegt, ne? Nee. Wann ich mal. Ja, wir haben die hier angelegt. Ja. Also ihr seht, irgendwie, äh, Skua DMR. So sieht man, so 17 bis 19 Schaden, 85 Präzision, 25% kritische Trefferchance, Kred-Modigefahrt, neue Modifikate, auch noch 35, Reichweite 30, Abo nur 2. Also wenn das 3 hätte, wäre schon cool, aber naja gut. Im Leben kann man nicht alles haben. Was wir aber haben können, ist jetzt einen kleinen Cut. Und zwar sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn ihr denn wollt. Und ansonsten, danke fürs Zusehen und habt einen tollen Tag. Haut rein, Leute.